hallo zusammen herzlich willkommen zum nächsten libtv hier wieder in der neuköllner straße beim training und neben mir steht jemand den ihr natürlich alle kennt und das ist jana franziska poll natürlich die schon sehr viel zeit auch in dieser halle verbracht hat eine unserer längsten spielerinnen die jemals bei uns gespielt hat von der zeit her inzwischen bei vielen bei nicht vielen aber bei einigen anderen vereinen gewesen inzwischen auch verheiratet deshalb erstmal herzlichen glück und auch von der fangemeinde an dich gibt das bitte auch weiter an den lieben tim was ist in der zeit so am meisten dir hängen geblieben was passiert ist seit du nicht mehr bei den ladies in black bist du warst in schwerin du warst in hamburg was waren so für dich die wichtigsten meilensteine seit aachen auch wenn das jetzt vielleicht blöd klingt aber der wichtigste meilenstein war eigentlich dass ich überhaupt gegangen bin also der schritt nach wils bieburg da habe ich unglaublich viel gelernt und habe einfach mal noch gemerkt was es überhaupt bedeutet wirklich professionell volleyball zu spielen und professionelles management geschäftsstelle und das war zu den zeiten damals ja noch gar nicht in aachen so das hat sich jetzt alles auch mit der zeit verbessert aber früher war das halt ja das war der richtige und ein sehr wichtiger schritt den ich getan habe du bist auch in der zeit dann auch zur nationalspielerin gereift immer wieder mal dabei gewesen dann wieder mal nicht aber immer wieder wirst du auch von den nationaltrainern berufen auch das sicherlich ein wichtiger schritt in deinem leben als volleyballerin ja man lernt auch einfach noch unglaublich viel da man in aachen dachte ich damals ja so viel kann man gar nicht mehr von volleyball lernen aber dann bin ich nach wils bieburg gegangen dann war ich bei der nation habe mensch gibt ja immer noch so viele kleinigkeiten woran man denken muss und ja was man noch lernen kann und das hilft einem einfach auch noch mal unglaublich viel um nach vorne zu kommen jetzt hast du vor ein paar wochen mal bei uns angefragt ob du eine kurze zeit bei uns mit trainieren darfst und kannst selbstverständlich darfst du das für dich ist immer unsere tür offen denn es steht der nächste große schritt für dich bevor du gehst ins ausland wo bist du demnächst wo ist dein nächster verein in der sonne in griechenland bei panathinaikos athen das ist mal ein brett panathinaikos athen da können wir dir wirklich nur zu gratulieren und wünschen natürlich auch alles alles gute was hast du so für einen eindruck die frage muss ja auch erlaubt sein bei den ersten ladies der neuen saison die du jetzt kennengelernt hast hier bei unseren neuen spielerinnen auf jeden fall super sympathisch engagiert jung talentiert ja aber alle sind jetzt ja auch noch nicht da also ich kenne nur ich weiß nicht drei viertel die hälfte ich weiß nicht wer und wie viele jetzt noch kommen aber es macht auf jeden fall spaß wir haben uns jedenfalls sehr gefreut dass es noch mal ein comeback für dich und bei uns gab ein kurzes und immer wieder gern und wir wünschen dir und ich denke ich spreche da für unsere fans alles alles gute in griechenland bei panathinaikos athen dass du da einen guten start hinlegst dass sie dich wohl fühlst und vielleicht gibt es mal irgendwann wiedersehen hier mit den ladies in black und jana franziska poll tschüss